Im heutigen Video zeige ich dir, wie du Textbausteine erstellen und in Gesprächen einsetzen kannst. Dazu wechseln wir direkt in die Lösung CMI LehrerOffice. Wir befinden uns hier im CMI LehrerOffice und als erstes wechsle ich ins Modul Gespräche. Habe ich noch kein Gespräch im Modul eröffnet, eröffne ich zuerst ein Gespräch, um dann einen entsprechenden Textbaustein erstellen zu können. Über Neues Gespräch erstelle ich mir ein Gespräch und mit Abschließen öffnet es schon. Ich möchte mir hier nun Schwerpunkte definieren, damit ich beispielsweise bei Lerngesprächen diese immer fix fertig auswählen kann. Dazu wähle ich den Befehl Text einsetzen. Ich klicke hier drauf und schon öffnet sich das Menü. Ich bin im Punkt Schwerpunkte drin und kann über dieses Plus-Symbol eine weitere Textstelle einfügen. Ich kann hier einen neuen Textbaustein in der Kategorie Schwerpunkte einfügen. Ich kann hier den Text einsetzen und merke zum Beispiel, wenn ich Klammerdatum heute, eckige Klammer geschlossen wähle, wird das heutige Datum ausgewählt und falls ich den Vornamen jeweils einsetzen möchte, kann ich auch über Feld einfügen, hier den entsprechenden Feldnamen finden, wähle Vorname aus und sehe nun, wie mir hier das Programm gerade einen entsprechenden Vorschlag erstellt. Mit OK übernehme ich den Textbaustein und ab sofort kann ich diesen Textbaustein hier einsetzen. Wenn ich einsetzen wähle, wird der Textbaustein genauso übernommen, wie ich ihn erstellt habe. Ich kann jetzt im Nachhinein hier zum Beispiel auch bestimmte Nemotechniken rauslöschen, die ich nicht besprochen habe und kann so jedes beliebige Gespräch mit Textbausteinen ausgestalten. Unter Vereinbarungen funktioniert das natürlich genau gleich. Auch hier kann ich unter Vereinbarungen Text einsetzen wählen. Auch hier finde ich schon einzelne Textbausteine vorgefertigt und kann jederzeit über den Plus Button neue Textbausteine hinzufügen. Eine ausführliche Anleitung findest du auch schriftlich auf unserer Wikipage. Den Link dazu habe ich dir unter dem Video angehängt. Vielen Dank für dein Interesse und bis zum nächsten Mal.